Sie haben seine Waffen abgeschaltet. Er kann niemals mehr kämpfen. Ehrlich? Das heißt, wenn ich heute was auf ihn schmeiße... Ja, also wieso will... Hey, 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 was? Das tut weh! Es gefällt mir nicht, aber ich tu dir auch nichts. Mir ist alles egal. Dann kannst du mir den ja auch küssen. Na komm, küss ihn, küss ihn! Feuer frei, Blödmann! Zeig, was du kannst! Ha! Vollmetallsacko!